The way you turn me off Hallo Da kann ich die Musik nicht laufen lassen Wegen GEMA Also hier in Thailand Wenn ihr das hier gucken würdet, wäre das kein Problem Aber ihr seid ja wahrscheinlich in Deutschland Ja, und heute soll es darum gehen Heute werde ich wieder ein bisschen packen Ich bin jetzt gerade dabei meinen Rucksack Einen gelben Rucksack Einfach auf den Boden zu schmeißen Weil ich fahre nämlich weg Und zwar ans Meer Little Kuchang Vielleicht kann ich euch das ja mal auf der Karte zeigen Fokussiere Little heißt Neu Also Kuchang Neu Kleine Kuchang Insel Und die ist nämlich nicht Zu verwechseln mit der Großen Wo alle mal hin stürmen Das ist eine ganz kleine Kuchang Ja genau, hier wurde nämlich gerade Kuchang angezeigt Naja So, wenn ihr jetzt hier guckt Hier ist Bangkok Und da ist Kuchang Ich bin aber Hier bei Ranong Hier ist Phuket Wenn ich jetzt noch ein bisschen rein zoome Ist hier die kleine Insel Koh Chang Also praktisch Little Kuchang Kacha Kuchang Neu Weil mit Neu Ist ein kleines bisschen Teil lernen mit Lara Naja auf jeden Fall fahre ich da jetzt bald hin Juhu Weil ich war irgendwie so ein bisschen Hangover Und nicht so gut drauf Und dann Waren zwei meiner Freundinnen weg Und ich so, oh man, ich will ins Meer Und dann habe ich einfach bei Nokia geguckt Nokia ist halt so Flügel innerhalb Thailands Aber auch nach Burma Mit denen fliege ich halt immer in meine Stadt Und habe die Seite aufgerufen Und habe halt mir jetzt halt als Staat angegeben Und dann geguckt, was mir halt so als Ziel beim Flughafen vorgeschlagen wird Habe Ranong gesehen Könnte Ranong Noch nicht Habe gegoogelt auf Google Maps Habe gesehen, dass es am Meer liegt Und ja In einer Nacht Eines Katers Deswegen Deswegen fahre ich jetzt ins Meer Heute, das kann ich ja immer zeigen Hier in meinem Bett, ne Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann Diese ganzen kleinen Punkte, ne Ich lag gerade nicht ahnd im Bett Auf einmal das alles Wirklich, alle diese kleinen Punkte jeweils Ameisen Ameisenklage So, aber auf jeden Fall will ich jetzt packen Und vielleicht könnt ihr mir helfen Zu viel Viel zu viel In meinem Kleinstrum Ich fahre ja gar nicht so lange weg Ich fahre von Mittwoch bis Sonntag Muss aber halt Eine Wo sind denn meine Bikinis? Muss Aua, au Jetzt habe ich mir einen Bügel ins Gesicht Hier so hingehauen Also ich fahre Mittwoch los Und komme Sonntag wieder Und ich muss halt eine Nacht in der Morgen Direkt schlafen Wegen Boot Doch ich komme halt auch erst so spät an Da fährt kein Boot mehr rüber Also bin ich von Donnerstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Fünf Tage Donnerstag Freitag Samstag Sonntag vier Nächte Meine Schlafsachen habe ich gerade gewaschen Weil ich will auf jeden Fall Lange Hose mitnehmen meine ich Weil nachts ist es dann doch noch relativ kalt hier Also ich ziehe jetzt mittlerweile immer ein Pullover an Ja dann nehme ich auf jeden Fall ein schwarzes T-Shirt fürs Travelen Weil ich fliege halt von hier nach Bangkok Und von Bangkok dann runter nach Ranong Und in Bangkok habe ich im Moment lieber dunkle Sachen an Deshalb nehme ich hier auch noch meine Leggings mit Wegen dem König, der ja gestorben ist Und mindestens 100 Tage sind Also weil es jetzt erstmal ein Monat ist Dass halt keine Partys und so gefeiert werden können Oder also schon Partys, aber zum Beispiel in der Bar abends haben wir keine Musik Und halt alles ein bisschen ruhiger Und dann sind es auf jeden Fall 100 Tage Aber der Königssohn hat gesagt, dass er erst Also dass er ein Jahr Trauerzeit haben will Und deshalb, ja die Staatsbediensteten müssen irgendwie auch ein Jahr schwarz tragen Und viele, die meisten Thais machen das auch Jetzt vielleicht hier nicht so, aber schon auch in Bangkok natürlich Und deshalb will ich da halt auch Also ich will da jetzt auch nicht in meinen buntesten Klamotten durchlaufen Deshalb will ich da halt auch meine Kondolenz zeigen Oder kontrollieren Na ja Zurück zu meinem Packen Da wird bestimmt nicht so viel sein Also brauche ich ein paar Schlüppis, aber die pack ich später Lass ich schon mal mein Reiseoutfit jetztse Kann ich schon mal mit meinem Bikini zusammen Der ist schön, oder? Mitnehmen Und einfach auf meinen Rucksack beratzen Dann nehme ich auf jeden Fall einen Schal mit Aus Bali Aus Überbud Und einen dicken Pullover Ich weiß aber nicht, ob ich hier mein Pokemon Pullover Wo ist er denn? Da Pokemon Pullover oder den? Aber ich glaube den nehme ich mir lieber mit Weil der ist ein bisschen Durch diese Löcher da drin ist der nicht ganz so warm wie der Pikachu Pullover Und Soll ich vielleicht nochmal ein anderes Aubertal so was? So ein Blüschen? Ich glaube schon Ja und alles andere Ah Haben wir eine Sonnenbrille Ich bin ja so ein Goldfreak, ne? Wisst ihr ja Ja ich glaube das war es jetzt dann noch erstmal mit heute Ich wollte mich nur kurz zurückmelden erzählen, dass ich da hinfahre Sinnlosen Quatsch labern Und auf jeden Fall werde ich Ich glaube nicht, dass ich meine Kamera mitnehme Weil ich werde dann in einem Ocean View Bungalow sein 300 Bat würde mich das Ganze kosten Pro Nacht Und die sehen nicht besonders sicher aus Und deshalb werde ich vielleicht meine Kamera nicht mitnehmen Weil ja jetzt mein neues Handy relativ gute Qualität hat Ich werde aber auf jeden Fall meine Reise filmen Äh das werdet ihr dann entweder In einer Woche, also nächsten Mittwoch Oder den Sonntag Gezeigt bekommen Oder sogar zwei Videos mal gucken Kann ja sein, dass ich dann echt nur drei Tage Am Strand liege, ein paar Yoga Posen mache Und ein Buch lese Weiß ich noch nicht, werde ich dann sehen Ich wünsche euch auf jeden Fall Jetzt noch einen richtig schönen Sonntag Ich schicke euch Beach Vibes dann Ich ja leider nicht direkt Weil da gibt es kein Internet Später dann nach und nach bei Instagram Also folgt mir auch da Und bis dann! Mua! Mua!